Was ist die Ausstellung von Lentos? Zum 10-jährigen Bestehen möchte ich Stella Rollig und dem gesamten Team des Lentos ganz herzlich gratulieren und mich bedanken für die tolle Arbeit, die sie für Linz leisten und wünsche weiterhin ein schönes Jahr und viele erfolgreiche Ausstellungen. 2010 war ich gemeinsam mit Richard Aigner im Rahmen der Reihe Raum Lentos eingeladen für die Ausstellung Expedition Sonar. Wir durften im gesamten Gebäude an verborgenen Orten und Orten, die normalerweise für Besucherinnen nicht zugänglich sind, Sounds aufnehmen und die zu unterschiedlichen Audio-Installationen verarbeiten. Ein Foto eines Raums, was mich bis jetzt begleitet und beeindruckt, ist das Foto von dieser Zwischendecke im großen, also die Zwischendecke über dem großen Ausstellungsraum, dem Saal und ich habe damals eine Lüftung in dem Raum aufgenommen, die dann in der Installation Lentos Noise Map Verwendung fand. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020